Mary kaufte ein neues Auto. Habe ich nicht schon einmal ein Wochenende lang gepusht? Wir können uns jetzt erinnern. Wir können uns jetzt erinnern. Sie sind eifersüchtig auf seinen Erfolg und Reichtum. Kann ich zum Spielbutton gehen? Kann er jede Woche punkten? Ich bin normalerweise fertig. Ist er nicht oft gelaufen? Ist er nicht oft gelaufen? Mein Mann ist Polizistin. Mein Mann ist Polizistin. Ich werde fernsehen. Ich werde fernsehen. Ich liebe die Kostüme in diesem Film. Ich liebe die Kostüme in diesem Film. Auf welche Festivals gehst du? Auf welche Festivals gehst du? Wir können es nicht einschränken. Wir können es nicht einschränken. Ich habe meiner Brieffreundin einen Brief geschrieben. Ich habe meiner Brieffreundin einen Brief geschrieben. Guten Morgen. Wie geht es dir heute? Guten Morgen. Wie geht es dir heute? Sie waren auf Entdeckungsreise. Sie waren auf Entdeckungsreise. Waren seine Eltern Polizisten? Waren seine Eltern Polizisten? Möchten sie mit uns kommen? Möchten sie mit uns kommen? Bist du unterentwickelt? Bist du unterentwickelt? Kann nachts eincremen. Kann nachts eincremen. Sie surften auf Hawaii. Sie surften auf Hawaii. Kannst du Fahrrad fahren? Kannst du Fahrrad fahren? Sollen wir anfangen? Sollen wir anfangen? Er arbeitet in einer Bank. Er arbeitet in einer Bank. Sollte nicht investieren. Sollte nicht investieren. Haben sie jede Woche Stylisten? Haben sie jede Woche Stylisten? Du hörst mir nie zu. Du hörst mir nie zu. Im allgemeinen sollten sie keine Stewardess sein. Im allgemeinen sollten sie keine Stewardess sein. Kann es jede Woche warten? Kann es jede Woche warten? Es kostet viel. Es kostet viel. Normalerweise machen sie weiter. Normalerweise machen sie weiter. Danke für den Rat. Danke für den Rat. Es gehört meiner Schwester. Es gehört meiner Schwester. Ist ihre Stieftochter eine Platzanweiserin? Meine Halbschwester ist Trägerin. Meine Halbschwester ist Trägerin. Hat er vor fünf Monaten jongliert? Hat er vor fünf Monaten jongliert? Können sie einen Rat geben? Können sie einen Rat geben? Ich muss am Dienstag einen Zeitplan erstellen. Ich muss am Dienstag einen Zeitplan erstellen. War ihr Stiefbruder Mechaniker? War ihr Stiefbruder Mechaniker? Wir haben letzten Samstag ein Picknick gemacht. Gehen sie ans Telefon, wenn es klingelt. Mit wem hast du geredet? Mit wem hast du geredet? Nach vier Tagen macht er sich vielleicht keine Sorgen mehr. Nach vier Tagen macht er sich vielleicht keine Sorgen mehr. Möchten sie im Park spazieren gehen? Möchten sie im Park spazieren gehen? Die Krankenschwester wird ihr Serum auftragen. Die Krankenschwester wird ihr Serum auftragen. Ihre Schwiegermutter war Fliegerin. Ihre Schwiegermutter war Fliegerin. Sie erstellen jeden Monat ein Budget. Sie erstellen jeden Monat ein Budget. Ich nehme den Haussalat. Kann ich zur Bildlaufleiste gehen? Sollte es jeden Tag eine Untersuchung geben? Sollte es jeden Tag eine Untersuchung geben? Du hast Fieber. Du hast Fieber. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Beginnen wir mit dem Treffen. Beginnen wir mit dem Treffen. Das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Er kann später zum Abendessen zu uns kommen. Er kann später zum Abendessen zu uns kommen. Ich war so gefangen in dieser Geschichte. Ich war so gefangen in dieser Geschichte. Lachen ist eine gute Übung. Lachen ist eine gute Übung. Wird er sich nicht jede Woche daran erinnern? Wird er sich nicht jede Woche daran erinnern? Kann er ein jährlicher Industrieller werden? Kann er ein jährlicher Industrieller werden? Er wird diesen Sommer schwimmen lernen. Er wird diesen Sommer schwimmen lernen. Ich muss einen Arzt aufsuchen. Ich muss einen Arzt aufsuchen. Die Verbindung erfolgt nach zwei Sekunden. Die Verbindung erfolgt nach zwei Sekunden. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Wir haben damals keinen Journalismus betrieben. Meine Tante war Restlerin. Letztes Jahr hat es nicht geholfen. Letztes Jahr hat es nicht geholfen. Ich habe Mathematik studiert. Ich habe Mathematik studiert. Wird es dir nicht jeden Tag besser gehen? Wird es dir nicht jeden Tag besser gehen? Wird er später als Klempner arbeiten? Wird er später als Klempner arbeiten? Sie benötigen Physiotherapie. Sie benötigen Physiotherapie. Es war völlige Verschwendung. Es war völlige Verschwendung. Gib deine Träume nicht auf. Gib deine Träume nicht auf. War meine Stiefschwester Näherin? War meine Stiefschwester Näherin? Können wir sofort wachsen? Können wir sofort wachsen? Am Abend hörte der Regen auf. Am Abend hörte der Regen auf. Ich freue mich so sehr auf das Wochenende. Ich freue mich so sehr auf das Wochenende. Er hasste die Wolke vorher nicht. Er hasste die Wolke vorher nicht. Er geht zu einem Konzert. Er geht zu einem Konzert. Sie ist so schön. Sie ist so schön. Ich stelle sicher, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen. Ich stelle sicher, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen. Haben Sie nicht diversifiziert? Haben Sie nicht diversifiziert? War Ihre Tochter Rundfunksprecherin? War Ihre Tochter Rundfunksprecherin? Du darfst nach Hause gehen. Du darfst nach Hause gehen. Das Hotel war komplett ausgebucht. Das Hotel war komplett ausgebucht. Hast du nicht selten zugeschlagen? Hast du nicht selten zugeschlagen? Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen. Ich muss diesen Bericht bis morgen fertigstellen. Gibt es nussfreie Snacks? Gibt es nussfreie Snacks? Müssen Sie in drei Tagen Bibliothekar sein? Müssen Sie in drei Tagen Bibliothekar sein? Ich bin mir darüber nicht sicher. Ich bin mir darüber nicht sicher. Sie wird Yogastunden nehmen. Sie wird Yogastunden nehmen. Mir war dieses Problem bekannt. Mir war dieses Problem bekannt. Wann verlässt du die Schule? Wann verlässt du die Schule? Wir müssen uns für unseren Fehler entschuldigen. Wir müssen uns für unseren Fehler entschuldigen. Gibt es Gutscheine? Gibt es Gutscheine? Tausend Dank. Tausend Dank. Du würdest schreiben. Du würdest schreiben. Ich wusste es oft nicht. Ich wusste es oft nicht. War Ihr Neffe ein Politiker? War Ihr Neffe ein Politiker? Füllen Sie Performance Excel aus. Füllen Sie Performance Excel aus. Musik B Untertitelung des ZDF, 2020